Meine Stimme klingt ein bisschen unsicher. Ist dir auch schon einmal passiert, dass genau dann, wenn es darauf ankommt, zum Beispiel bei einer Präsentation oder bei einem Bewerbungsgespräch oder gegenüber einem Kunden, wenn es wirklich heikel ist, dass deine Stimme dann nicht ganz selbstsicher klingt? Wie du deine Stimme so verwendest, dass sie genau dann, wenn du sie benötigst, selbstsicher, wirkungsvoll, voll und rund und voluminös klingt, das verrate ich dir in meinem Vortrag beim Selbstsicher Kongress von Michael Mösslang. Sei mit dabei, mein Name ist Arno Fischbacher, ich bin Wirtschaftsstimmcoach, Gründer von Stimme.at und freue mich auf unser Zusammenwirken im Selbstsicher Kongress. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!